ich gehe jetzt zu den zum wachbost wieder da ist es geht das shit schnell laufen laufen ok ich aber mach das nicht auf muss ich mal rauf gehen da ist eh keiner komplett verstrebt dass die Jacke noch rauskommt ist auch irgendwer ermordet worden bin ich gespannt hier auch keiner langsam wird mir schon kalt wie da kann ich nicht rein da ist offen guard office hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist was ist das was war das da war ein Loch haben sie gesagt reinkommen wir durch hier ist hier da bin ich jetzt nicht mehr schnell 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 drüber muss ich jetzt hier ist der block da bin ich rauf gekommen wie 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 hier ist eine karte und dampf da sehe ich einfach mal die was ist das ich habe gedacht es ist gleich ein gerst das weiß ich nicht was das ist so da ist nix da stehen einfach zwei Betten herossen da kann ich ja da kann ich ja außen rum da ist aber nix so jetzt wieder rauf und schon dass ich nicht runterfalle schon balancieren und wieder runter so da ist auch nix hm das ist doch nix da ist ich habe gespannt was ich machen muss ein nidl oh ich kann es wieder nehmen ups da sind nur ein nidl geteilt als türkiser teppich ich weiß nicht was ich ja schon wieder da ist da ist hat sich ein Problem gebracht ich glaube es geht nicht hm oh hm war schlimm ja keine Ahnung was ist da drin das ist da drin das ist mir nicht das ist mir nicht ziel ich gehe noch mal runter runter ich gehe noch mal runter runter hinten ist auch irgendwas aber nix in die nöten ist nix hier hinten ist nix mal schauen wie ist denn endlich da was aber nix ich glaube schon dass du jetzt kommen ich höre auch keine tür aufmachen das ist das problem vielleicht ist ja was in dem raum und die trennen es ist ja nur ein block ich sehe nichts da ist ein Faktor es ist zu tun und vielleicht ist da irgendwas vielleicht muss ich immer schlafen noch immer noch kann man hier drin nicht wirklich gut schlafen muss ich muss so ist dann wieder ein Knopf und ich sehe nicht nicht es muss gehen ich bin das gemütlich denke ich mir ist nur da hinten ich bin ich bin das ist mein Problem was mache ich da irgendwo vielleicht ist da irgendwo eine kiste 3-2-1 das nicht um das zu stören was ist da die die ich glaube schon dass da ich bin ich bin ich bin es nicht was gefunden das ist das Problem ich will nicht schlafen da kommt man rauf da kommt man nur runter da kommt man nix hin da kommt man nix hin da kommt man nix hin ok wie sind das das habe ich wieder mit der Zeichnung hier die Kieser Teppich was mache ich mit dem da ist ein Loch in der Decke aber da komme ich nicht hin ne ich weiß nicht wie stecke ich gerade wenig so da waren ja auch der noch und da war ne Tür auch da ist nix drin so da ist ne Tür da ist auch nix drin da ist auch nix drin auch nix drin jetzt da vielleicht da vielleicht wo ist denn da was ich denke mir nur dort an das ist denn was ist das 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 konfisziert das tut dann zelle 10 zelle 10 zelle 10 mal schauen zelle 10 so das ist keine zelle das ist das das ist das das ist die erste zelle ich würde ich mal so zelle 1 zelle 2 zelle 2 äh vielleicht 3 4 5 5 7 oder 8 8 8 8 9 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bis ich das gefunden habe so jetzt habe ich den knopf gespammt und baumal noch und jetzt habe ich es gleich auch gehört dass irgendeine tür aufgegangen ist ja da den knopf da oben habe ich einfach gespammt baumal und auf einmal ist es einfach aufgekommen naja was ist das okay na gut aber gott sei dank sind wir schon mal da durchgekommen ich will da auch schon langsam mal raus da ist auch nichts drin da will ich nicht runter eigentlich nicht sicher so ein Metzger unten was war das was war das was war das ich hab das jetzt auch gehört mitbruch ich so ist ja Tor wie ließ das das nicht zu tut das so hoch aufrufen sollen zu besitzen um zu karten die nicht gut man schrecken ich denke Schrecken, bitte nicht herfen, nicht schrecken. Das tut mir jetzt irgendwie auch leid, dass das funktioniert ja nicht. Das ist ja gegangen dann. Dann klicke ich den noch ein paar Mal und wenn es nicht geht, weil auch ungestanden ist. Kitchen oder halt, ah, immer wieder, immer wieder. Hui, Exercise, ja, das ist ja da draußen. Release und da oben ist ja auch gestanden am Dining Room Release, aber das geht ja nicht, ist ja nicht gegangen.